Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together hier auch heute ja bei Ballaburger und Dr. Disco von der Insel runter außenrum wahrscheinlich komplett war so gegen die Straße was natürlich die Autos haben wir leider noch nicht okay ich kann nicht aus dem Auto rauskotzen ist Panzerglas da musst du mal gucken ja durchkommt guck mal der Typ alter ist der bei euch auch so geflogen der Typ ist genauso schnell geflogen da zwölf Uhr Walle überlebt hatten sie Glück im Unglück höh doch auf die Basis zu schießen irren Häuptling warum Todeswunsch schießt mit Raketen auf uns es ist mein Weg ja ich wusste es doch eher wo für Straßen wo für Fahrphysik weißt du ja eben ja stell dir mal vor die hätten ja so eine Fahrphysik wie in BMNG oder wie das heißt ja da macht das Auge da macht das Auge hol ihn runter grote ihn der darf nicht entkommen guck mal triffst du auch kannst ja drauf schmucken so lobe ich mir das so hier raus alles gleich hin müssen bis da oben hin ne guck mal ist gar nicht mehr so weit knists die x vaig ding ding wettern v 20 50 40 50 Wie seid ihr denn da hochgekommen? Wir sind Bergziegen. Berg schon? Meiner kackt sich ja ab. Habt ihr geschossen? Nein. Da unten sind ein paar Rebellen. Die machen da unten das Lager rebellisch. Ich komm nicht hoch. Nein, du hast mich nicht gesehen. Erzähl keinen Scheiß. Ist der genau hinter der Ecke. Verpiss dich. Kannst du keinem erzählen. So, nochmal. Verbind dich. Jetzt kommt er raus. Jetzt, wo die Versteckung gerufen ist. Ah, Mann. Nur weil die Penner da unten... Ach, nein. Erzähl dich. Hier ist Summi, Alter. Brauch mal ganz kurz Deckung. Ich muss Pflaster anlegen. Ach, nee. Verbind dich doch nicht, du Jeckenhecht. Gib mir mal ganz kurz Deckung. Alter, ich krieg's jetzt von allen Seiten. Eben, welche Pflaster draufpacken. Lass Feuer vom Himmel regnen. Die müssen da oben ruhig bleiben. Ja, jetzt sind sie hier oben, sitzt aber auch schon Alarm. Warte, warte. Ja, das ist, weil die da unten angefangen haben zu schießen. Das machen. Warte, warte, warte. Ich war mal außen rumgelaufen. Alter, ballert der mir in den Rücken. Ich wüsste mal gern, wo ihr hier hochgelaufen seid, ne? Bin schon wieder am Fuß des Berges. So, jetzt aber. So. So, lobe ich mir das. Sehr gut. Ja, noch nicht da unten, du. Komm her. Kannst du keinem erzählen, Alter. Schieß ich mit Marzipankugeln? Pass auf, Uwe. Der hat Bock, der kommt zu dir. Oh, leicht. Da war mal jemand. Ich will gleich gucken, dass ich mir unbedingt solche neuen Spritzen hole. Ich hab meine wahrscheinlich wieder alle komplett aufgebraucht. Alles aufgebraucht. Okay. Geht doch. Die ballern sich da unten immer noch, ne? Naja. Was haben wir denn hier im Lager? Was müssen wir rausholen? Wir müssen die Leute töten. Alle, alle von den Baudugs. Das heißt, die, die hinten noch sind. Die beiden, die müssen noch weg. Ja. Der sofort ein Helikopter hier steht, ne? Ja, komm ja jetzt. Ist es denn wahr? Geht doch. Dürfen nur noch die Kadettenferkel da unten sein, oder? Kann sein. So, sonst sehe ich hier aber auch niemanden mehr. Och, da muss noch irgendwas drin sein. Ziele befinden sich im Außenposten. Geht doch. Was hast du gemacht? Irgendeiner hat mich voll weggewimst, ne? Das ist ja aber auch eine Ecke ausgesucht, oder? Warte, ich komm mal eben rüber. Ich zieh mal eben aufgabeln. Alter, ernsthaft? Warte mal. Gucken, dass ich jetzt nicht runterrutsche. Lasst uns einsteigen. Lasst uns verschwinden. So, meine Freunde. Leider in Rundspielze nach heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Together Ghost Recon Breakpoint. Es bleibt spannend. Bis die Tage. Gatschi. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020